So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ich hoffe es gefallen euch die Videos, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. So, wie schon im Titel zu sehen, heute geht es mal darum, wie ich damals gespielt habe, also als ich angefangen habe in Season 12 und wie ich heute spiele, möchte ich mal ein bisschen vergleichen, möchte ich mal auf mein Gameplay von Season 12 eingehen oder von 13 unterschiedlich, gucken wir uns da nochmal an und ja, was ich dort, was ich heutzutage nicht mehr mache, so was ich geändert habe oder was vielleicht noch gleich ist und ja. Fangen wir auch an, Season 12, war schon Ende Season 12, ihr seht es hier, hier Ende Season 12 war es schon, so viele Freunde, oh Tudor hatte ich schon drin, Season 12, guck mal an, Season 12, genau, es war Ende Season 12, da waren Stürmer, die Agencyabträge schon drin, und zwar kurz vor Season 13, die Rohre lagen schon fürs Wasser, vor Season 13, war alles schon da. Und ich habe noch auf Xbox One X gespielt, wo ich dann hier in Season 15 auf PC gewechselt bin. Äh, ja, gucken wir uns das Gameplay jetzt mal an. So, es ist nicht die allerbeste Qualität, aber ich war auch damals schon Level 232, sprich, damals habe ich auch schon gelevelt. Genau, also, man sieht den Unterschied schon, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit nach unten gucke, verstehe ich gerade auch nicht. Ja, ja, ich muss eigentlich nur nach vorne, heutzutage bei mir. Ich wirst, äh, wirst er als zweites kommen und den abonnieren als drittes. Äh, ja, das ist schon spannend, mein Gameplay von Season 12 zu sehen, und habe ich noch im Hinterkopf, wie ich jetzt spiele, also es ist schon wirklich spannend. So, wir öffnen die Kiste. Oh. Wirst du, was lass ich liegen, genau, jetzt kommt noch die Tech an zweites Stelle. Was mache ich denn? Oh, wie du, ähm, da gab es noch keine Lady Lenk-Klangstelle. Klimt, da war er was. Oh, da habe ich eine Flasche gebückt. Ja, da ist Black Knight, oder? Nein. Season 5. Goddeck. Wir sind halt OG-Spieler, die konnten halt besser spielen damals. Und das ist so schnell, bin ich dann halt immer verreckt. So, haben wir hier noch was. So war halt dann Season 12. Da war ich noch, er hat nicht gut vergleichsmäßig zu heute. Ich habe noch nicht mal alle Schwachpunkte getroffen, ja. Also wie eigentlich, wie jeder andere habe ich gespielt, ganz normal, habe nicht viel gebaut. Warum habe ich die, ja, ja, meine zweite Stelle, ich habe sogar geordnet. Das checke ich gerade selbst nicht. Hatte ich da bitte vernummern im Namen? 078885. Naja. Ich baue auch so gut wie nie, muss ich jetzt sagen. Oh, ich habe sie schon gespitzt, um Munition zu sparen. Äh, äh. Komm, tu die Harpone raus und nimm die Pump mit. Auch wenn du eine Mini gedrungen hast, genau. Ich habe ja überall noch einen Lagging gehabt. Ich hätte ich da, ah, da habe ich schon gechanged. Habe ich nicht gedacht. So. Also das, ähm, jetzt zu Season 12. Season 13 habe ich auch noch, äh, Video. Habe ich auch schon gestreamt, Season 13. Jetzt beöffentliche ich mich mal mit uns angucken kann. So. Ich kann auch gerne abgucken, äh, ich werde es wieder aufnehmen. Aber erstmal bleibt es on. Hier habe ich derzeit schon meine Konsole, äh, meine Xbox One S gehabt. Mal sehen, wie es in Season 13 schon verlief. Da gab es nur die Authority, Miljewis. Aber ich habe mich bemüht mit, äh, Waffen zu treffen. Covid-21, als Ohr. Ich habe die Covid-21. Ah, eins vielleicht umsonst. Habe ich auch noch nicht geredet. Kein Mic gehabt. Oh, sage ich zu irgendeinem Goldenes. Äh, 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 äh. Digga, hypertoxic. Ja, fand es überhaupt nicht lustig. Das sind die Goldsrat, klar. Wer geliebt, ich weiß gar nicht, dass er geliebt. Gib ihm doch die Form aus. Als ob ich das nicht mache. Als ob ich ihn das nicht... Aber da war ich auch schon geizig mit meinem... Ach, ah, Beeping war schon überschwunden. Jetzt, wo ich es mal sehe. Ich habe noch mal Level 68 schon am Ende des Streams. Ach, ich hatte die ganze Zeit. Bild schon drin. Gefilmt eine Stunde, hä? Ich habe schon gelevelt. Ne. Ah, Finja. Also nicht kennt, die hieß MV Knife. Und jetzt heißt Finja mit R. Nicht so nennen. Aber als ob die MV Knife ist das ja der Banana Shadow. Da hatte ich mich schon unbenannt. Ob ich mir den Namen da schon auswählen mache. Ne, oder? Sie sind 13. Ich hatte sie sind 12. Den Namen. Die Tim P0, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Mit diesen 13 hatte ich schon den neuen Namen. Wusste ich gar nicht. Relle die Welt. Das ist halt nicht alles das, was ich meine. Wurtele 2.25. Mega Marvel Shop. Ende Oktober. Oder war das auch alles auch, weil ich es diesen Wort ist. Das war auch die gleiche 7. Da war ich ja bei 155. Ah, das kommt uns mal an. Das war dieses Gameplay. Oh, Alter. 900 Munition. Jetzt kannst du doch gar nicht mehr parken, glaube ich, heutzutage. Nein. Vielleicht nicht. Das Maximum ist, glaube ich, 500, keine Ahnung, was. So um die 500 AR Munition. Aber ja 900 schon übertrieben. Ah, Bush Ranger. Ah, da habe ich schon angefangen zu bauen. Oh, die ersten Bau-Skills. Ich habe gewusst, was habe ich. What the fuck. Als ich das schon gewusst habe, dass von Legs immer eins schießen kann. Könnte. Nice. Ich habe mich auch so. Und dann haben wir noch, warte mal. Also, keine Ahnung. Gucken wir uns das Gameplay von heute an. Ich fand es damals, weil ich sie 12 angefangen habe, fand ich das trotzdem OG. Für mich, wenn ich das jetzt mal zurückgucke, Season 12 und wir haben schon Season 17. Klar, für die OGs, die seit Season 1 gibt es eigentlich fast gar keinen, wo ich gespielt habe, bis Season 17 jetzt. Das ist schon krass, aber selbst für mich jetzt, ja, bis sie ist von Season 12 bis Season 17, das ist schon nicht schlecht. Wenn man mal die Zeit zurückguckt. Kennt ihr euch? Kennt ihr euch? Was habe ich denn so vor? Was habe ich denn für ein Klonikrofon? Okay. Okay, wir auch. Das Mikrofon ist aber übel echt. Und seit welcher Sie das Spiel hier? Nein, wir sind den. Okay. Oh, du bist ja auch Level 200. Hast du dir 100 Level gekauft, oder? Nein. Nein. Okay. Ich spüre doch vor, das wird nass. Dann fies ich mich. Ich habe nur einen Sniper, ich bin tot. Ein Gold? Ja, ja, Ehre. Bam. Genau. Mal erst gehen. Ja, Automat. Ja, kann man auch kaufen. Genau. Oh, oh, warum habe ich da keine Pläne gekauft? Ich durmi. Hä? Das zeige ich gerade nicht. Das ist halt alles aus. Reaction. Sind das eins oder ist es nur einer? Da ist es nur einer. Ja, das sind es eins oder ist es nur einer. Jo, das ist gut. Kontrollerspieler. 52er mit einer Leiter ist schon nicht schlecht so. Macht zu. Genau. Ich fand wirklich die Spieler, wenn ich mir die heutzutagemaßen vergleiche, damals, die sind 12, 13 und heute das ist siebte, also. Wollte ich wirklich, die würde Season 12 wieder nehmen. Die war der beste Season. Und das sagen sogar OGs. Keine Ahnung, wie es tut, aber es war einfach die beste Season. Ich weiß nicht, ob das Competitive-Technisch die beste Season war. Ich habe, äh, doch kein Competitive gespielt. Ja, genau. Aufrufe sind nicht, ist unwichtig. Aber wir jetzt mal gucken, äh. Andere ist 22. Juni 2020. 22. Juni. Mein Montag, eine Stunde spielen. Ey, das ist schon lange her. Ich habe, ich berechne das nämlich immer. Genau. Also es ist schon, äh, was? Juni habe ich gesagt, genau. Ja, 22. Juni, die Verräter. 427. Na, nicht schlecht. Auf 427. Da habe ich gestreamt. Aber das hier. Ich hatte, glaube ich, ja, 11. Juni sogar schon mal. Highlight Battle Royale. Vielleicht ist das was anderes. Da habe ich aber schon einen PB gehabt. So schon im Nachhinein. Ja, das ist es richtig, OG. Für mich, meine ich. Hier. Da habe ich noch verkleidet. Es war noch 33. Ach, da hatte ich wieder noch an Mobile gespielt. Ihr seht, Banana Shadow Mobile. Das ist schon krass. Level 177 am Handy. Ich habe ja auch am Handy angefangen. Als neues Genauer, da habe ich, konnte ich halt nicht streamen. Oh, nicht die Tag nicht mit. Aber dieses Seil wird schon gewann im Schmidt. Und ich war schlau, dass mich keiner abschießt, war nicht gerne. Ja. Wom nehme ich denn? Oh, die Silence AR war noch da. Ja, die zwei ARs raus, die Pump mitnehmen und die SMG. Und das war halt dann alles. Wenn ich mal durchgucke. Oh, ich bin doppel AR. Wie dumm ist das denn? Ja, Salty Springs. Das war noch alles. Oh, Tresor gab es noch. Richtig geil. Da hast du ja immer Gottlück gehabt. Erstmal richtig, wenn ich nicht... Als ob ich da noch ein Skin gespielt habe. Ich bin ein Scheiß-Bot. Du gehst mal auf den Sack. Ich bin ein Scheiß-Bot. Ich bin ein Scheiß-Bot. Ey, wir sind jetzt vor Back-Blink. Wir haben bestimmt... Ich will die Key-Carline haben, vielleicht. Wir haben keine Mets. Wir sind auch schon wieder tot. Oh, das kann ich auch nicht leiden mit dem Motorboot, so ein Abfahrt echt, guck doch mal, ich glaube das sind wir gestorben oder, aber nicht manchmal, mit dem Motorboot war ich schon ziemlich eklig damals, das war richtig OP, alle haben mich angehackt, keine Ahnung wieso. Und das war halt Season 12, so, und es war es auf jeden Fall mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wie schon am Anfang gesagt, und vergesst wirklich nicht die Glocke zu aktivieren, denn es kommt wirklich fast jede Woche ein Video, wenn ich es nicht schaffe, kommt eine Woche auch mal zwei Videos, wenn ich in der letzten Woche kein Video hatte. Also es kommt immer ein Ausgleich und da würde ich sagen, das war es mit dem Video und ciao.